Ist Liebe langweilig? Nein, auf keinen Fall. Der Alltagstrott ist wahrscheinlich das Langweilige daran, aber die Liebe an sich nicht. Das hat ja auch was Verlässliches, dass Dinge, die immer wiederkehren, eine Vertrauensbasis schaffen. Das gehört dazu und darf sich halt nur nicht darauf festnageln oder wenn sie dann mal nicht stattfinden, enttäuscht sein. Ich glaube, man muss sich tatsächlich auch auf das Abenteuer, das Liebe bedeutet, einlassen und auch auf die Risiken, die damit verbunden sind. Und wahnsinnig viele Dinge werden passieren, die gut sein werden.